yes 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 was läuft mein lieben freunde stream it in man gib mir die streamy vibes wie geht's einfach immer noch bester bester trainingsanzug ich küsse dein herz gendrim albanski weibs bionique dabei ist alles weil dabei ist alles weil wir sind ja schon dabei was läuft wie geht es euch heute auch mal wieder auf youtube parallel dazu kusel kurt auf tawitsch sagt immer wenn ich weg muss kommst du live da musst du noch ein bisschen bleiben verschiebt deine termine die wichtig der stream ist wichtiger bro ewa sultan sagt ewa leon sogar auf arbeit gucken wir dich like that man die mir die worky vibes bro wie ich wie das läuft man spread it in shit alter immer schön in mann und so alles verbreiten auch auf der arbeit was arbeitest du eigentlich sultan einer sagt schau lafontaine bei maisberger habe ich gestern gemacht bro habe ich gestern gemacht die reaction werde ich wahrscheinlich auch noch hochladen auf dem zweiten channel jaz janu jaz janu was geht ab man leon it in motherfucker ey warum hast du eigentlich kein abzeichen neben deinem namen du benutzt ja die emots du musst eigentlich du musst eigentlich abo sein oder bist du nicht ein abonnent digga warum hast du kein abzeichen abzeichen dort man für alle leute die twitch haben könnt auch gerne rüber auf twitch kommen professor dr lovlog is in the building und zwar geht es heute um das thema ähm was ein thema haben wir denn heute meine lieben studenten professor dr lovlog ist hier da am zum zum erzählen zum erzählen na okay die marak ich gehst deine jetzt bro kann man sich eigentlich die anzüge noch bestellen nee aktuell nicht mehr aktuell nicht mehr sind ausverkauft sultan schreibt gerade bro erinnerst du dich noch an die folge bei der du auf der straße warst und diese hunde darum gespielt haben das war zufällig in berlin der kameramann hat einfach aus dem nichts gesagt dogs of berlin man das muss farnus gewesen sein bruder ich schwörs dir das muss farnus gewesen schöne grüße gehen raus an den nigger steve g man talks of berlin bruder oft so eine witzige situation gehabt pünktlich wie immer luffy lando du weh ich ja ganz genau wie das läuft man auf jeden fall burinho danke für die 100 bits ich küsse dein herz thank you for the support main vermisst du die straßen umfragen leon bruder ne eigentlich nicht bruder ne vermissen nicht ne ich habe das so geil in erinnerung was ich denke so manchmal geil digga das waren geile zeiten so aber vermissen nicht wirklich ja auch mit viel mit sehr vielen struggles verbunden so muss man dazu sagen das was ihr gesehen hat war halt nicht alles ne da hat noch viel mehr dazu gehört was hinter der kamera auch passiert ist und so war auch sehr sehr anstrengend aber war eine geile zeit ich habe es in ehren auf jeden fall im herzen so und ich lasse mich auch nicht lumpen also wenn ich mal wieder einem so also hier in deutschland habe ich auf keinen fall mehr lust straßen umfragen zu machen aber wenn ich mal wieder in dem land bin und ich gute vibes habe und bock darauf habe dann ist auch nie ausgeschlossen dass ich mal wieder die eine oder andere umfrage auf der street auch an der stelle wahrnehmen werde ja geiles kic gestern sehr sympathisch die christina finde ich auch für alle leute die es noch nicht abgecheckt haben checkt auf jeden fall die neue folge komm ins kaffee ab kaffee denn weil kaffee denn weil wir sind ja schon im kaffee meine lieben freunde tufam wenn du so lustig bist kannst ja noch mal auf jeden fall die 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 linky vibes einfach mal reinhauen in die chats der vogel brother im background geht gut ab gerade ja mann haben wir zwitschern nein ganz gemütlich hans peter fragt ob man ein besser ist oder berlin mann 68 ist übermacht oder facts aber berlin ist auch nice mann ist zu hause kann man nicht miteinander vergleichen berlin ist für mich so die weltoffenste eigentlich auch ja es ist so mehr weltoffen mehr international mehr mehr möglichkeiten so in berlin weißt du aber so das heimatgefühl diese stabilität ist im mannheim da ja mann borenio fragt ob du machst du mir die nummer mal die nummer von der christina klar das musst du natürlich mit christina selber klären ich mache jetzt hier nicht mache jetzt hier nicht auf verkuppler an der stelle malik fragt schaust du sport wenn ja was eigentlich nicht aktuell weniger nicht so viel sport sultan fragt noch wie oft leon bro wie oft gehst du zum friseur im monat minimum vier mal ne also minimum einmal die woche auf jeden fall der emmanuel sag leon mal eine frage warst du schon mal in afrika beziehungsweise steht da in zukunft was an ich war noch nicht da nee was die zukunft mit sich bringt das ist immer schwer zu spekulieren aber es ist auf jeden fall ein goal von mir mal nach afrika zu gehen hundertprozentig man weiß nie wann wie wo was passiert das wird dann so passieren wie es sein soll aber ich denke auf jeden fall dass gott für mich geschrieben hat dass ich auf jeden fall auch noch nach afrika gehe ist nicht einmal die woche friseur zu viel bruder warum sultan zu wenig fast also wenn ich das geld hätte dann würde ich auch alle drei tage gehen wahrscheinlich die madag fragt wie läuft's mit no fab und fasten schrägstrich nichts essen am tag läuft gut läuft gut das mit dem essen ist schon hart digga ich hab nach dem ersten tag war ich kurz davor zu sagen ey ne ist vielleicht nicht die richtige phase jetzt gerade weil ich irgendwie so irgendwie war halt zu hart für mich war zu weit aus der komfortzone raus weil ich vor allem gerade wieder so ein bisschen positiv war und so jetzt wieder krass aus der komfortzone draußen aber irgendwas sagt mir macht trotzdem weiter so ich habe trotzdem bis jetzt weitergemacht mal schauen ich mache das ja auch nicht für irgendjemanden ich mache das für mich und no fab ist auf jeden fall läuft sehr sehr gut ich habe ja angefangen mit keine pornos schauen mittlerweile also auch sieben tage vor ramadan habe ich mich schon habe ich mich schon nicht mehr selbst befriedigt einfach so vom 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 gefühl her ist es einfach so gekommen und das werde ich auch jetzt den ganzen monat durchziehen also das ist auf jeden fall steht auf dem programm allgemein bewusster zu sein bewusster zu handeln nicht zu negativ also keine negativen sachen keine negativen gedanken kein alkohol keine frauen keine drogen kein haram das ist auf jeden fall werde ich auf jeden fall den monat durchziehen soll ich bin mal gespannt wenn man zwischendurch auch ostern also ein christlicher feiertag wo ich auch mit meiner familie wahrscheinlich essen gehe da werde ich vielleicht eine ausnahme machen wie gesagt ich mache das für mich und ich mache das nicht für irgendjemanden und ich weiß auch nicht wie lange ich es machen werde was ich auf jeden fall durchziehen werde ist aber habe ich auch schon vorher angefangen ist diese ganze porno geschichte das ist eine sache die die habe ich mir auch als lebensaufgabe so quasi vorgenommen da also mein mein insgesamt auch meinen ganzen sexual trieb ein bisschen mehr unter kontrolle zu kriegen glaube ich als mann sehr 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 wichtig schermo sagt hättest du bock mal mit einem mma kämpfer wie christian eckerlin oder stefan pütz ein interview zu machen fände sehr interessant ja wieso nicht ich bin eigentlich offen für jede art von mensch talk wise so ne welche art von fasten machst du es ist love lock fasten bruder das ist meine eigene art habe ich mir so selber irgendwie weißt du wie ich mein so habe ich so für für es ist meine eigene art von fasten digger genau habe mich da prägen und beeinflussen lassen von verschiedenen seiten aber haupt einfluss das ist auf jeden fall der islam an der stelle love lock fasten edin man wieso borinio sagt ich bin leider vor kurzem rückfällig geworden aber ich habe direkt wieder angegriffen und jetzt wieder fünf tage nicht aber oder zieh durch sie durch gibt nichts mit rückfall oder was rückfall wenn man sich einmal eine sache vornimmt dann zieht man es auch durch brau gerade bei pornos gucken kann doch nicht so schwer sein die weiß was ich meine so wenn dir das schon schwer fällt dann solltest du jetzt nichts gegen dich persönlich bruder aber wenn wenn jemandem schwer fällt keine pornos mehr zu gucken dann sollte er sich wirklich gedanken machen meiner meinung nach so weil das ist eine sache die sollte eigentlich easy sein weißt du sollte eigentlich easy sein deswegen zieh da durch digger und wenn du mal so eine komischen gedanken wenn du mal so eine komischen gedanken hast und das wieder durchziehen willst du dann dann lass es einfach weißt du ich bin ein mensch ich bin dafür gemacht auf eine spirituelle reise zu gehen viel zu lernen vom leben ich bin auch dafür gemacht scheiße zu fressen viel scheiße durchzumachen ich lerne immer mehr über mich selber so ist aber nicht für jeden weißt du so ist nicht für jeden nicht jeder ich glaube nicht jeder hat diese diese generelle intention nach und das streben nach mehr weiß was ich meine so diese streben nach nach knowledge nach bewusstsein nach nach der wahrheit irgendwie nach dem warum wir menschen so sind wie wir sind und so und da immer tiefer in sich rein zu gehen ich glaube nicht jeder kommt darauf manche menschen haben diese generelle intention da rein zu steigen und ich bin glaube ich einer von diesen jenigen und habe auch mittlerweile verstanden dass das ein bisschen auch ein heftiger kontrast ist zu der community die ich mir über die jahre in deutschland aufgebaut habe so weil ich habe mein ding gemacht mit mit sehr oberflächlichen geschichten wie stehen frauen auf muskeln da habe ich über drei millionen klicks gemacht mit mit straßen umfragen lustigen sachen allgemein und dann viel in die rap richtung mit rappern etc das ist natürlich eine ganz andere community als die leute die sich mit den sachen beschäftigen mit denen ich mich aktuell beschäftige sowieso immer wer von den rappern erzählt irgendwie die hier auf pornos zu schauen geh in dich rein du hast in dir dinge meditation yoga etc das ist halt das ist so ein bisschen ist so ein bisschen kontra und deswegen gibt es auch viel widerspruch viel lächerlich macherei viel hate viel shit so aus der community raus weißt du das habe ich vorher gar nicht richtig verstanden ich habe mir gedacht so warum verstehen die mich nicht muss doch jeder eigentlich die intention haben irgendwie ein guter mensch zu sein zu wissen warum man hier ist seine bestimmungen zu finden irgendwie einfach auch spiritualität das muss doch jeder da muss ich doch jeder für interessieren habe ich immer gedacht aber es ist halt nicht so das ist halt ein weg der der so für mich geebnet wurde den ich einfach so gegangen bin weil ich auf mein gefühl gehört habe so und den weg werde ich auch weitergehen ich werde mich halt ich habe mich halt teilweise von community und von leuten davon abbringen lassen aber ich will mich nicht davon abbringen lassen weil das ist mein weg ich weiß das so ich bin nicht dafür darum einfach nur entertainment zu machen oder so ich bin ich bin dafür da auch dinge mitzugeben weiterzugeben dinge zu lernen über das leben über mich über die welt über menschen ich habe nicht umsonst so viel emotionalität und empathie auch in mir drin weißt du und das halt eine sache also umso weniger ich dreck konsumiere umso mehr finde ich meinen weg beziehungsweise umso mehr macht für mich sinn was auch in der vergangenheit passiert ist und umso mehr bin ich überzeugt davon was für den weg ich gehen muss was so das ist ja auch der grund warum ich euch das auch ins herz lege macht diesen weg mit hört auf pornos zu gucken fangt an euch bewusster zu ernähren fangt an euch bewusster auch bewusster allgemein zu konsumieren so es ist einfach es ist was gutes weißt du und so es nur noch ein bis zwei mal max fleisch in der woche hast mich auch mäßig auf die idee gebracht fühle mich nicht mehr so dreckig irgendwie bist du dann ist schon schon auf jeden fall ein teil meiner ist schon auf jeden fall ein teil meiner bestimmung getan so so ein menschen angeregt zu haben sich über den konsum von anderen leben gewesen gedanken zu machen sehr viel wert für mich das ist für mich auch mehr wert als wenn er jetzt irgendwie geld spenden würde oder wenn ich jetzt mehr klicks oder hype oder so nicht scheiße weißt du so menschen helfen die die mit menschen arbeiten austauschen weiterkommen weiterentwickeln das nice das ist nice und ich weiß auch dass die viele leute aus meiner community auch das schon immer gespürt haben dass da mehr geht und dass ich auch viele so eine leute angezogen habe den ähnliches streben haben nach glück wie ich so was so türkischer fetzer geiler name bruder patrick jo sagt du hast mit dazu beigetragen dass ich jetzt schon seit langem vegan lebe was gutes weiterzugeben ist doch mehr wert als alles geld der welt hundertprozentig braun macht mich auch glücklich digi das zu hören ich habe irgendwie nachdem ich einmal corona morona hatte andere anderen geschmacks und geruchssinn für fleisch riecht und schmeckt jetzt irgendwie voll komisch vor allem chicken krass wer weiß was das für ein zeichen ist bei youtube immer nur hater in den kommis ja bruder deswegen ich gucke auch kaum dahin ja